Jo Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Apex Legends. Ich hoffe, ihr hattet einen fantastischen Tag und gönnt euch jetzt das Video. Heute im Video habe ich für euch ein absolut geiles Solo vs. Duo Watson Gameplay. Die Aufnahme ist zwar schon etwas älter, es war zu Zeiten des Caustic Events mit diesen Ringflares, aber trotzdem war es ein mega krasses Gameplay, was ihr unbedingt sehen müsst. Deswegen gönnt euch jetzt und viel Spaß. So, let's go, let's go, let's go. Ich glaube, ich bin alleine hier. Schaut zumindest danach aus. Erstmal gleich mal alles verbarrikadieren. Oh, okay, nice. Eine Mosambik, eine Alternator. Ja, warum nicht? Aber ich glaube, ich nehme mal die Havoc. Ja, definitiv. Okay, machen wir hier auch noch dicht. Das ist so geil mit Watson. Man kann einfach alles verbarrikadieren. Macht schon Spaß. Schon cool. Okay, nice. Loadout steht auf jeden Fall schon mal. R99 und Volt. Dann fehlen nur noch die Gegner. Oh, ich glaube, ich habe was gehört. Oh ja, da sind welche. Okay. Der wird zum Lager gehen, oder? Ja, er geht zum Lager. Oh mein Gott. Tja, das war wohl nichts. Dein Lager, das bekommst du nicht. Boah, das war schon böse gerade. Okay, du bist da raus. Sehr schön. Das ist aber auch nicht irgendwie was, was ich gut gebrauchen kann, bis auf den einen Laufstabi. Aber wo ist der Mate da? Genau. Jawohl. Let's go. 112. Okay, dich kriegen wir. Das war eine Lifeline, oder? Ja, war eine Lifeline. Oh, okay. Nice. Ja, auf jeden Fall. Nicht schlecht. Das war ziemlich nice. Das war halt einfach eine absolut böse, dass ich die an einem Lager weggeholt habe. Aber das ist mein Lager. Vergiss es. Oh nice, da haben wir auch eine Granate, mit der ich es aussprengen kann. So, dann gucken wir nochmal, was drin ist. Ein Laufstabi. Oh, ein Zweiervisier. Sehr schön. Okay, und sonst? Oh, ein goldenes Energy. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Alter, wir sind richtig gut equipped für den Anfang. Wir sind richtig gut equipped. Okay, da oben ist ein Hitzeschild. Das heißt, dementsprechend müssten auch da irgendwo Gegner sein. Das ist jetzt weggegangen, das Hitzeschild. Ah ja, da ist auch jemand. Ein Bloodhound. Okay. Der wird wahrscheinlich nach unten gehen, oder? Zu der Brücke. Das wäre natürlich mega geil. Und ein Gibby. Okay. Ja, ja, die gehen runter. Das ist sehr gut. Und dann kann ich den halt einfach easy in den Rücken schießen. Okay, ich sneak mich ein bisschen ran. Der Bloodhound hat mich nicht gescannt. Sehr schön. Okay, und let's go. Let's go. Okay. 62er Lila. Schon mal nicht schlecht. Der Gibby ultet auf mich. Okay. Kein Problem. Ich gehe einfach vorbei. Nice, nice, nice. Der hat die Ult komplett gewastet. Sehr schön. Okay, ich gehe mal ein bisschen mehr rein. Wo seid ihr, Jungs? Wo seid ihr? Ah, ich glaube, die sind runtergedroppt. Ja, da sind sie. Oh yeah, komm. Ah, verdammt. Oh, du hast so Schaden gefressen, Kollege. Du hast so Schaden gefressen. Ich muss sie halt jetzt pushen. Auch wenn da, glaube ich, noch ein zweites Team ist. Egal. Oder haben die die getötet? Es könnte sein, dass sie die getötet haben. Okay, Kollegen. Wenn eure Bubble weg ist, seid ihr tot. Wenn die weg ist, seid ihr tot. Ist der da dahinter? Okay, 39. Und die sind gestunnt. Okay. Vielleicht hier drunter? Oh ja. Hallo. Der muss sich so ärgern. Und der Gibby noch? Oha. Oha. Der macht aber gut Damage. Der macht aber richtig gut Damage, der Kollege. Oh Gott, ich bin fast down. Let's go, let's go. Yes. Okay. Oh, das war jetzt gerade ganz wichtig. Das war so wichtig, dass wir den bekommen haben. Das war so wichtig, dass wir den bekommen haben. Uff. Okay, gucken wir mal, was er so hatte. Einen goldenen Rucksack. Ja klar. Auf jeden Fall, oder? Nice. Und Standardschaft auch noch. So, hier in der Kiste. Alter, was hatten die bitte für Stuff? Jetzt mal ohne Spaß. Warum hatten die so krassen Stuff? Wo habt ihr gelootet, Leute? Jetzt mal ernsthaft. Läuft bei denen. Aber gut, gönne ich dir. Oh, oh, oh. Da war was. Wo? Oh, da hinten. Ach du Heiliger. Was spielt der denn für eine Waffe? Ich glaube, das ist Hamlock im Single Fire. Okay, Shield Swap. Oh Gott, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Okay, ich versuche, jemanden da Zipline abzuschießen. Ah, okay. Ein bisschen Schaden gedrückt. Komm. Mach mal ein bisschen Schaden gedrückt, aber er fliegt. Okay. Gut. Soll mir egal sein. Okay, er ist weg. Ich fliege auch. Weil sonst wird es ziemlich kritisch, in die Zone zu kommen. Weil die macht jetzt gleich trotzdem schon ein bisschen Schaden. Okay, nice. Oha. Das wird aber trotzdem knapp. Oh mein Gott. Bitte. Bitte, bitte. Ja, müsste klappen. Müsste klappen. Alter. Das hätte übel in die Hose gehen können. Okay, ich pop hier mal ein Hitzeschild. Okay, erstmal ganz in Ruhe heilen. Da müsste auch noch irgendwo der Mirage sein. Weil ich glaube, dass der auf mich wartet. Ich denke, der wird versuchen, mich Geld zu kippen. Aha, da ist er auch schon. Nein, es war ein Köder. Es war ein Köder, ja. Das war so klar. Okay. Ich gehe mal in die Richtung. Täusche damit an. Er glaube, ich denke, dass er... Ich bin weg. Komm, 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 komm. Renn dir mir hinterher. Er rennt mir hinterher. Let's go. Das ist auch ein Köder. Wirst du mich verarschen? Okay. Gleiche Taktik nochmal. Ich heim mich nochmal ein kurzes Stückchen. Komm, 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 komm. Vielleicht denkt er jetzt, ich wäre nach oben gerannt. Und jetzt nochmal probieren. Okay, komm. Engagen. Vielleicht rennt er jetzt auch andersrum. Und ich kann ihn quasi von hinten weg firsten. Das wäre natürlich mega geil. Oder? Ist er da? Hallo? Mirage? Okay. Wenn er nicht da ist, dann heile ich mich erstmal. Ganz auf entspannt. Ich habe halt wenig Energy ammo, ne? Das ist echt ein Problem. Aber komm. Egal. Egal, 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 egal. So, wo bist du, Kollege? Oh, ich glaube, ich höre was. Ja. Ich höre definitiv Schritte. Okay. Okay, 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 okay. Das ist ein Köder. Diesmal falle ich nicht drauf rein, Kollege. Du bist der Echte da vorne. Ja. Let's go, let's go, let's go. Komm, komm, komm. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja. Schon wieder so knapp überlebt. Ey, was ist das denn? Oh mein Gott, bin ich low. Aber ich habe einen Phoenix. Alles cool. Okay, wenn mich jetzt jemand snipet, bin ich sauer. Wenn mich jetzt jemand snipet, bin ich absolut sauer. Okay, okay, nice. Nice. So, dann renne ich mal ganz schön in den Ring. Weil der macht ja jetzt doch schon ganz schön Schaden. Und vor allem, hier ist noch ein Ringflair. Was soll das denn? Wie soll ich denn da durchkommen? Ist das andere Tor frei? Ich glaube schon, oder? Oh Gott, ey, was ist das denn? Ich muss durch, nein. Okay, okay, okay. Lauf, Mädchen, lauf. Oh, okay. Zwei Squads nur noch? Ja, let's go. Okay. So, jetzt ist nur die Frage, wo sind die letzten zwei Squads? Die Zone ist überhaupt nicht mehr groß. Oh, okay, da geht direkt ein Ringflair auf. Okay. Ein bisschen aufpassen. Ich meine, die müssen natürlich auch, die werden wahrscheinlich kaum mit den Ringflares chillen. Sondern die werden wahrscheinlich halt auch sich dazwischen bewegen. Was heißt, die Area, wo die sein können, ist halt nochmal kleiner als sonst. In der Zone. Oh, ja, da gehen richtig viele auf. Drei Stück, okay. Das heißt, die müssen irgendwo dazwischen sein wahrscheinlich. Okay. Ich gehe mal hier in das Haus, verbarrikadier mal das Haus. Da ist schon mal dicht. Oh, ich glaube, ich habe Steps gehört. Bin mir aber nicht ganz sicher. Okay, da ist die Endzone. Hier noch irgendwas Geiles drin. Ah, ne, die Peacekeeper brauche ich nicht. Okay, dann machen wir hier noch dicht. Komm. Jawohl. Okay, wir sind von der Seite gepackert. Da ist ein Ringflair an der Tür. Höchstens von der Tür könnten sie noch kommen. Allerdings unwahrscheinlich, weil die Zone eh gleich schließt. Und da könnte ich sie abfangen. Und ich glaube nicht, dass die so rein rotiert sind. Ich glaube, die sind tatsächlich da vor mir jetzt hier. Okay, letzte Runde. Oh, die fighten. Die fighten. Okay, das ist mein Stichwort. Kurz mal gucken. Okay, einer ist da und die anderen zwei sind, glaube ich, da drüben. Luftangriff. Ich kann mich nochmal im Haus vercampen. Das ist sehr gut. Oh, Gott sei Dank haben wir dieses Haus hier. Das ist natürlich jetzt mega stark, weil dadurch können wir der Ult komplett ausweichen. Okay, so. Wo seid ihr? Wo seid ihr, Jungs? Ich möchte euch arken. Oh, da hinten. Da hinten sind zwei und da ist jemand. Okay. Ich schmeiß auf die da. Komm, triff. Ah, schade. Aber okay. Immerhin gestunnt. Ein zweiter hinterher. Okay, okay, okay. Oh, yes, Baby. Du bist down. Sehr schön. Okay, jetzt ein bisschen vorsichtig. Sei nicht, übermütig werden. Oh, nein. Das ist eine Bangalore. Das ist nicht ernsthaft eine Bangalore. Wo revive die? Ah, okay, die ist durch. Ah, verdammt. Nichts getroffen. Oh, Gott. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier ganz dringend weg. Ach, du Heiliger. Okay. Stell meine Ult auf. Nein, das Haus kann ich nicht mehr, weil der Sohn sich schließt. Nein. Okay. Ganz ruhig, ganz ruhig. Die fighten. Ah, da ist eine Rave. Okay. Komm her. Komm her. Oh, die ist auch Red Shield. Vorsicht. Komm, komm, komm. Yes. Okay, dich haben wir. Die hat ein Goldenes. Oder? Ich glaube, die hat ein Goldenes. Die ist allein. Ja, die ist allein. Okay. Nein, nein, nein. Nicht für ein Bierkollegin. Dein Goldenes gönne ich mir. Sehr schön. Okay. Okay, wo sind die anderen zwei? Da ist die Bangalore. Vorsicht jetzt. Bisschen Schaden gedrückt. Okay. Nice. Okay. Einer noch. Einer noch. Ich heile mich. Das müsste noch der Octane sein. Wo ist der Octane? Jetzt mal ernsthaft. Wo ist der Octane? Unter mir? Ja, unter mir. Oh, richtig schön Schaden gefressen. Let's go. Jetzt kenne ich nichts mehr. Komm her. Komm her. Komm her. Yes. Oh mein Gott. Gott, Alter. Mega geil. Als ob ich das geholt habe. Alleine. Boah, war das geil. Alter, war das eine geile Runde. Watson kann so stark sein. Uff. Ja, Leute. Das war es mit dieser Folge Apex Legends. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, würde ich mich über eine positive Bewertung mega freuen. Und dann würde ich sagen, habt einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Bis dann und ciao. 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 Vielen Dank.